hallo und herzlich willkommen und das war übersteuert ja ich weiß zurück zu anti chamber wir haben noch 43 minuten und 44 sekunden und dabei ist natürlich wieder der max hallo natürlich und wir müssen versuchen weiterzukommen wo waren wir denn dran dass wir kein weg mehr gefunden haben also das nirgends mehr weiter ging so wirklich hatten wir doch oder so weit ich mich noch erinnere ja aber ich glaube ich habe alles hier ein bisschen zu laut eingestellt merke ich gerade ein bisschen zu laut weißt du jetzt den sound oder dich selbst den sound solltest du das beheben nach ja da wollen rein ja das ist ein bisschen schwierig den sound jetzt noch zu beheben ich versuche das mal ganz schnell für alle die gerade zuschauen ich gehe jetzt gerade in die systemeinstellungen und rede mal wieder hier runter weil alles andere kann man vergessen was dann geht auch bei anti chamber besser gut wir waren mich hier an dieser stelle und hatten das problem dass wir da weiter haben müssen nachher dass sie mit dem klötzchen wo dann nicht mehr ging genau und da habe ich auch schon inzwischen eine idee gehabt und wieder vergessen ne 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 keine sorge so und zwar und zwar und jetzt funktioniert doch nicht so wie ich mir das dachte also ich krieg jetzt gleich noch so so ne den hier mitnehmen den hier setzen die du machst es in taft vielleicht so macht es erst sein taktiker und zweitens habe ich mir die aufnahmen halt nochmal angeguckt und da kam ich habe auch diese idee so dich nehmen wir mit dich nehmen wir mit und dich nehmen wir mit dann haben wir nämlich drei mal hast du noch einen und dann kannst du ja jetzt kommt der schlaue kirschi oh haben wir das noch nicht so ne da wäre er escape genau so irgendeinen habe ich scheinbar vergessen einen musst du irgendwo her noch holen können einen habe ich scheinbar vergessen drei haben wir jetzt und jetzt sind wir so so eingeschlossen bitte versuchen wir es nochmal ok mal ganz logisch rangehen was sind denn überhaupt alle plötzchen also du musst sie überlegen ich habe noch eine andere idee wo vielleicht einer sein kann und da gar nicht mit nicht zu kompliziert wirklich das ist total kompliziert alles den will ich nicht mehr nehmen ich finde mich so schwierig aber ja man muss halt so viel nachdenken das hast du jetzt falsch gemacht da kommen wir her ja jetzt habe ich glaube ich oder auch nicht das wäre jetzt die möglichkeit gewesen hin und her zu kommen ok ja wir versuchen gerade hier halt mal weiter zu kommen langsam ok da macht den auch und ich bin total an anderen stelle glaube ich oder irgendwie schon irgendwie schon was neues ja ok bis die trappe hatten wir dürfen ja dann werden die ganzen sache geklickt wir müssen in die richtung war gerade das bild also da war gerade ein pfeil siehst du mhm ich glaube das ist alles gut gefunden ne was altes eher naja genau das ist das alte aber das könnte es trotzdem sein dass man dann noch was machen muss da war irgendwas jetzt habe ich ja ein mehr dadurch ja auch hast du hast du drei da wicke ich die Türe auf ich glaube das war der Fehler den ich gemacht habe ok moment dann machen wir es nochmal ich glaube jetzt habe ich es raus weil der nicht da drin bleiben muss der muss drin bleiben ohne den komme ich nicht wieder hier rein also machen wir das so den da rein musst du gesehen ganz hinter und dann wieder zurück den da rein den hier raus den da rein den da raus den da rein den da raus ja Leute das Ding ist kompliziert ich weiß so ok jetzt haben wir hier einen rein weißt du hast jetzt einen vergessen gell nein ich brauche keinen du hast zurückgelassen ich brauche gerade keinen ich brauche keinen ok so ich zeig es dir so jetzt gehen wir hier lang der kirche mit seinen strategien ja und dazu ist er dabei dann den anderen i know what you mean genau genau da warst du gerade und musst du das noch hinten und da hast du einen ja genau hast du schon recht ich weiß so und jetzt können wir nämlich an starten und zwar den mal da rein und den können wir rausholen so den können wir rausholen da ist einer drin den können wir rausholen da ist keiner drin scheiße so du musst halt sehr viel rum probieren bis man halt die Lösung mal hat den hier den hier du machst du vier dort einen jetzt habe ich da zwei hingesetzt mhm boah das ist gar nicht mehr so einfach hier und dann eins weißt du ich habe das jetzt ein paar tage lang und ein paar wochen eigentlich schon wieder fast nicht mehr gespielt tadaaa und da haben wir ein neues Bild ok dann wollen wir mal gucken und wir haben die grüne hier kann oder super endlich frage ist kann man damit ah kannst du die weg machen oder die konnte ich komplett halb ent oh coole sache ok scheinbar scheinbar muss jetzt hier was rein da muss was hin aber wie nicht ganz viele durchdrücken ich kann es viele durchdrücken ich weiß nicht wie das gehen soll ich kann mir auch vorstellen die alle rauszuholen einfach ich kann mir auch vorstellen die alle rauszuholen einfach ich habe es verstanden das ist wie ein ladebalken so gesehen die du ziehst genau da kannst du jetzt die anderen auch noch schnell machen ja kann ich nicht ich habe nicht das erst mal die kleinen machen ja das so viel zum thema kleine gewinnt nicht wirklich viele kleine ja gut aber wir haben hier schon was geöffnet wahrscheinlich kriegt man später hier dann mehr oder so weil momentan sieht so aus oder du nimmst die anderen noch mal vom eingang weg und machst das dann tatsächlich viele die werden nicht reichen das ist das wird nie reichen nicht so später noch mal her wahrscheinlich na gut aber jetzt sind sie nämlich weg ok was geht jetzt aber ich glaube hier waren wir schon mal jetzt glaube ich habe ich auch verstanden warum du kannst ja toll ja genau außen nach in nein ja ich habe jetzt einige mehr ja ich glaube jetzt kann es funktionieren oder auch nicht es wurde die übel noch mal machen ja nicht unbedingt vielleicht reicht für das hier sieht der bauch so lange aus da sind ganz wenige wenn vier oder fünf stück sind sondern nur 32 minuten das ist echt heftig jetzt hattest du dich langsam ein bisschen beheilen jetzt ganz vorsichtig okay jetzt habe ich verstanden erst die äußersten das ist gar nicht mal so leute also dieses spiel ist echt hammer muss ich dazu sagen aber auch sehr sehr schwierig glaub uns kriegst du genug glaubste aber für alles zusammen aber ich glaube wenn du das aufmachst kriegst du ja den ball in damit isom öffne dich bitte theoretisch könnte man jetzt von hinten wieder hingehen und die weg nehmen die frage ist nur ob das funktioniert jetzt hat man einen unendlichen vorrat ja jetzt kommen wir in die mitte von dem ding ein paar sind drin schätze ich ein paar aber jetzt kann man einige sachen lösen wenn man es dann einmal richtig verstanden hat dann geht alles recht schnell ja und hier wirst du wahrscheinlich auch rein müssen schätze ich jetzt einfach mal so weiß ich noch nicht doch die meisten hat sich verarscht definitiv also wir brauchen noch diese gelbe glaub ich das wäre jetzt so der nächste schritt die gelbe kanone zu ziehen aber auch SP wir können ja mal gucken was jetzt auf der anderen Seite ist wow wir müssen nach links what the hell ok ja der sein können dass man die so killen kann fahren wir hier schon irgendwie kommt das ab mir bekannt vor da hinten ist ne ja du Vielen Dank.